Harry Kane, der englische Starstürmer des FC Bayern, hat offenbar für sich und seine Familie eine Luxusvilla im Münchner Vorort Grünwald besichtigt. Das geht aus einem Bericht der eBILD hervor. Die Villa soll eine große Grünfläche mit großem Herren- und Gästehaus vorweisen. Auch ein Pool soll vorhanden sein. Insgesamt hat die Immobilie wohl eine Wohnfläche von 400 Quadratmetern. Sollte Kane die Villa kaufen wollen, müsste er 34 Millionen Euro zahlen. Jedoch soll das neue Mitglied des FC Bayern eine Miete vorziehen. Der Preis für die Miete beziehe sich auf ca. 80.000 Euro. Kane und seine Frau Katie haben vier gemeinsame Kinder. Bereits im Sommer soll die Frau des Stürmers Immobilien in München besichtigt haben.